Durch die Bibel – Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Wernon McGee Ins Deutsche übertragen von Berit Merkel und gesprochen von Kai-Uwe Woitschack Gott ist gut. Auch wenn diese Aussage so klingen mag wie aus der Werbung, so ist es dennoch die volle Wahrheit. Gott ist gut. Wie ein Vater, so führt er seine Kinder und hilft ihnen. Gott lässt sie niemals im Stich. Er hilft ihnen, ihre Probleme zu lösen und befreit sie aus dem Gefängnis von Schuld und Scham. Aber sie müssen sich auch befreien lassen und nicht freiwillig im Gefängnis sitzen bleiben. Darum geht es in dieser Sendung über die Psalmen 107 bis 110. Schön, dass Sie mit dabei sind. Psalm 107 ist ein Psalm, der vielfach missverstanden wurde. Ich denke, dass auch exzellente Bibelkenner, die viel Gutes über diesen Psalm geschrieben haben, ihn trotzdem missverstanden, weil sie den prophetischen Ansatz darin nicht erkannten. Psalm 107 handelt von einem umherziehenden Juden, der letztlich in das gelobte Land zurückkehrt. Der Psalm hat aber auch für uns heute eine tiefe Bedeutung und er berührte die Herzen von Menschen aller Epochen. Am liebsten wäre es mir, wenn dieser Psalm vertont werden würde. Meiner Meinung nach kann man vier Strophen erkennen und einen Refrain, der dreimal wiederholt wird. Die folgenden Zeilen könnten beispielsweise von einer Tenorstimme gesungen werden. Aus Psalm 107 lese ich die Verse 1 und 2. Danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wäret ewiglich. So sollen sagen, die erlöst sind durch den Herrn, die er aus der Not erlöst hat. Die erlöst sind durch den Herrn, das sind ja auch die Christen. Und sie hätten wirklich allen Grund zu sagen, danket dem Herrn, denn er ist freundlich, und seine Güte wäret ewiglich. Was wäre, wenn wir einmal nicht herumlaufen, uns beschweren und kritisieren würden? Als Christen sind wir angehalten, anderen zu sagen, wie gut Gott ist. Er ist gut, nur leider hat er keinen guten Ruf in dieser Welt. Im Gegenteil, er hat einen ziemlich schlechten Ruf. Ein Ruf ist etwas, das beschreibt, was andere Menschen über einen denken. Gott hat nicht viele Freunde unter den Abermillionen von Menschen in dieser Welt. Bei Gericht hätte er keinen Verteidiger, und nur wenige würden vermutlich als Zeugen für ihn aussagen. Wenn Sie das anzweifeln, schauen Sie sich um. Oft wird er als ein Gott dargestellt, der das Böse gleichgültig hinnimmt. Als ein Gott, der schwierig zu erreichen ist und keinerlei Interesse an seinen Geschöpfen hat oder sie gar liebt. Der Durchschnittsmensch des 21. Jahrhunderts lebt hinter einer Fassade der Zivilisation und der christlichen Kultur, die sich wie eine Antifaltencreme aufs Gesicht auftragen lässt. Für diese Menschen ist Gott keine Person, zu der es sich lohnen würde, eine Beziehung aufzubauen. Viele Menschen denken, Gott sei ein Polizist, der hinter der nächsten Ecke wartet und sie sich schnappt, sobald sie einen Fehler machen. Doch wenn Gottes Kinder behaupten, dass Gott gut ist, dann müsste das doch eigentlich stimmen. Denn wer, wenn nicht sie, könnten es glaubhafter bezeugen? In Vers 3 unseres Psalms wird weiter ausgeführt, wer dazugehört, nämlich, die er aus den Ländern zusammengebracht hat, von Osten und Westen, von Norden und Süden. Gott sammelt also Menschen aus allen Himmelsrichtungen. Doch wer sind diese Menschen? Eindeutig ist hier von Angehörigen des Volkes Israel die Rede. In den Versen 4 bis 7 lesen wir, Die Irre gingen in der Wüste auf ungebahntem Wege und fanden keine Stadt, in der sie wohnen konnten, die hungrig und durstig waren und deren Seele verschmachtete, die dann zum Herrn riefen in ihrer Not, und er errettete sie aus ihren Ängsten und führte sie den richtigen Weg, dass sie kamen zur Stadt, in der sie wohnen konnten. Psalm 107 entspricht vom Inhalt her einigen Passagen aus dem fünften Buch Mose. Denn dort wird in Kapitel 28 in den Versen 64 und 65 berichtet, dass Gott den Israeliten bereits angekündigt hat, dass sie wegen ihrer Schuld zerstreut werden würden. Zitat Denn der Herr wird dich zerstreuen unter alle Völker von einem Ende der Erde bis ans andere, und du wirst dort anderen Göttern dienen, die du nicht kennst, noch deine Väter, nämlich Holz und Steinen. Dazu wirst du unter jenen Völkern keine Ruhe haben, und deine Füße werden keine Ruhe stattfinden. Denn der Herr wird dir dort ein bebendes Herz geben und erlöschende Augen und eine verzagende Seele. Diesen Zustand der Rastlosigkeit und Heimatlosigkeit erlebten die Juden immer wieder, wenn sie Gott ungehorsam und außerhalb ihres Landes waren. Aber Gott sammelt sie wieder und lässt sie in ihrem Land Wurzeln schlagen. Ein wunderbares Bild der Versorgung Gottes im Leben seines Volkes. In gewisser Weise trifft das aber auch auf mich zu. Gott kam zu mir in die Wüste dieser Welt und rettete mich. Dasselbe gilt auch für sie. Auf jeden Fall ist Gott mit der Nation Israel noch nicht fertig. Und Gott ist auch mit ihnen und mit mir noch nicht fertig. Zurück zu Psalm 107. Die folgenden Zeilen könnten bei einer musikalischen Darbietung von einer Sopranstimme gesungen werden. Ich lese ab Vers 8, der den Refrain bildet und dann weiter bis Vers 11. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er sättigt, die durstige Seele und die Hungrigen füllt mit Gutem. Die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, gefangen in Zwang und Eisen, weil sie Gottes Geboten ungehorsam waren und den Ratschluss des Höchsten verachtet hatten. Soweit die Verse 8 bis 11. Der Refrain steht hier zu Beginn des Abschnitts und nicht an seinem Ende. Achten wir nun aber vor allem auf den Inhalt. Wir erkennen, dass Gott Gefangene befreit. Uns wird hier das Bild eines Mannes im Gefängnis vor Augen gestellt. Es beschreibt Israel in Zeiten der Not, in der großen Trübsal, die kommen wird. Wenn ein Mann zu dieser Zeit im Gefängnis sitzt, wird Gott ihn befreien und ihn zurück nach Israel bringen. Denken wir an die zahllosen gefangenen Juden in Deutschland während des Zweiten Weltkriegs. Viele wurden niemals freigelassen. Ich frage mich, wie viele von ihnen in ihrer schrecklichen Situation wohl damals an diesen Psalm gedacht haben. In Vers 10 heißt es ja, die da sitzen mussten in Finsternis und Dunkel, »Gefangen in Zwang und Eisen«. Das beschreibt den hilflosen Zustand eines Gefangenen. Ich lese weiter ab Vers 14. »Und führte sie aus Finsternis und Dunkel und zerriss ihre Bande. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, dass er zerbricht, irne Türen und zerschlägt eiserne Riegel.« Vielleicht erinnern Sie sich, wie Gott Simon Petrus aus dem Gefängnis brachte und wie er Paulus und Silas nachts befreite. Gott hat auch uns befreit, und zwar von unserer Schuld, und er hat uns begnadigt. Gott begnadigt jeden, der seinen Sohn Jesus als seinen persönlichen Erlöser annimmt. Manch einer fragt nun vielleicht, »Warum wurde mir nicht vergeben?« Nun, das ist nicht anders, als wenn heutzutage jemand tatsächlich im Gefängnis sitzt und das Angebot bekommt, begnadigt zu werden. Er muss die Begnadigung auch annehmen. Gott begnadigt auch Sie, liebe Hörer. In Jesus Christus, seinem Sohn, schenkt er uns die Vergebung unserer Schuld und aller Ungerechtigkeiten, die wir begangen haben. Aber Sie müssen diese Begnadigung auch annehmen. Psalm 107 vermittelt uns ein Bild von Gottes Gnade. Ich springe nun zu den Versen 21 und 22. Sie beginnen mit demselben Refrain wie vorhin und könnten diesmal von einer Bassstimme gesungen werden. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut, und sollen Dank opfern und seine Werke erzählen mit Freuden. Gott möchte, dass wir ihm Dank opfern, wenn wir zu ihm kommen. Im Hebräerbrief, Kapitel 13, in den Versen 10 bis 15, heißt es dazu, wir haben einen Altar, von dem zu essen kein Recht haben, die der Stiftshütte dienen. Denn die Leiber der Tiere, deren Blut durch den hohen Priester als Sündopfer in das Heilige getragen wird, werden außerhalb des Lagers verbrannt. Darum hat auch Jesus, damit er das Volk Heilige durch sein eigenes Blut, gelitten draußen vor dem Tor. So lasst uns nun zu ihm hinausgehen aus dem Lager und seine Schmach tragen. Denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. So lasst uns nun durch ihn, Gott, alle Zeit das Lobopfer darbringen. Das ist die Frucht der Lippen, die seinen Namen bekennen. Soweit ein Zitat aus dem Hebräerbrief, Kapitel 13. Ein sogenanntes Lobopfer kann man immer darbringen, nicht nur im Tempel beziehungsweise in der Kirche, nein, auch im Alltagsleben. Lobopfer bedeutet, dass wir Gott mit unserem Mund loben sollen. Wofür können Sie ihm danken? Nun, zum Beispiel für den Schutz, den er Ihnen gewährt. Zurück zu Psalm 107. Ich lese die Verse 23 und 24. Die mit Schiffen auf dem Meere fuhren und trieben ihren Handel auf großen Wassern, die des Herrn Werke erfahren haben und seine Wunder auf dem Meer. In der Zeit, in der der Psalmist lebte, war es ein sehr gefährlicher Job, Seemann zu sein. Ein Seemann, der auf Reisen ging, konnte sich nicht sicher sein, ob er jemals zurückkommen würde. Für ihn war es absolut notwendig, Gott zu vertrauen. Viel mehr, als wir das heute vielleicht tun, wenn wir ein Schiff oder Flugzeug besteigen. Viele Menschen denken überhaupt nicht über den Tod nach. Oder sie glauben an das Schicksal und dass der Tag vorherbestimmt ist, an dem sie sterben werden. Ich dagegen finde, es ist sehr erleichternd, dass wir Gott unser Leben anvertrauen dürfen. Nun kommen wir zur letzten Strophe von Psalm 107. Ich lese die Verse 31 und 32. Die sollen dem Herrn danken für seine Güte und für seine Wunder, die er an den Menschenkindern tut und ihn in der Gemeinde preisen und bei den Alten rühmen. In diesem Refrain, der durch eine weitere Aussage ergänzt wurde, können wir alle mit einstimmen, denn wir brauchen Gottes Kraft in unserem Leben. Diese Kraft bekommen wir, indem wir Gott loben. Doch wie oft tun wir das wirklich? Ist es da ein Wunder, dass manche Christen ziemlich kraftlos wirken? Mich erinnert das an ein Ereignis, das schon viele Jahre zurückliegt. Die Standard Oil Company nahm an einer Parade, einem Festzug teil und ihr Motivwagen war wunderschön mit Blumen geschmückt. Ich werde es nie vergessen. Doch mitten während des Festumzugs ging ihnen der Sprit aus und der Motivwagen musste abgeschleppt werden, damit die Parade weiterziehen konnte. Jeder lachte darüber, denn das Fahrzeug einer Ölgesellschaft sollte nun wirklich nicht wegen Treibstoffmangels stehen bleiben müssen. Natürlich hatten sie genug Benzin und auch genug für die Parade, aber irgendjemand hatte vergessen, den Tank nachzufüllen. Deshalb blieb das Fahrzeug stehen. Als ich diesen armen, geschmückten Festwagen sah und die Leute lachen hörte, da tat er mir richtiggehend leid, weil er der heutigen Gemeinde so ähnlich war. Denn wir als christliche Gemeinde sehen äußerlich auch manchmal richtig schick aus, haben ein repräsentatives Gebäude, gute Programme und ergreifende Gottesdienste. Aber wir haben keine Kraft. Doch als Gemeinde brauchen wir Kraft. Jeder einzelne Gläubige braucht Kraft. Ein Grund, weshalb wir manchmal kraftlos sind, ist der, dass wir den Herrn nicht so loben, wie wir sollten. Lob und Dank füllt unseren Tank und lässt den Motor brummen. In unserem Psalm springe ich nun zu Vers 43. Dort heißt es abschließend, wer ist weise und behält dies, der wird merken, wie viel Wohltaten der Herr erweist. Ein kleines Mädchen erzählte einmal, was für sie eine Wohltat ist. Sie sagte, wenn du deine Mutter um ein Stück Brot mit Butter bittest und sie es dir gibt, dann ist das eine gute Tat. Aber wenn sie dann noch Marmelade auf das Brot streicht, ohne dass du sie gefragt hast, dann ist das eine Wohltat. Die Wohltaten Gottes werden großzügig über uns ausgeschüttet, wenn wir zu ihm gehören. Wir erreichen nun Psalm 108. Er ist ein weiterer Psalm Davids und die erste Hälfte entspricht in etwa Psalm 57 und die zweite Hälfte Psalm 60. Aus diesem Grund kam Psalm 108 in die Kritik. Er sei einfach nur zusammengesetzt worden. Ich gehe jedoch davon aus, dass Gott damit ein Ziel verfolgt, wenn die Abschnitte mehrerer Psalmen zusammengefügt werden. Im Psalm 108, Vers 2 heißt es, Gott, mein Herz ist bereit, ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele! Hier geht es um den Rest Israels. Diese Menschen wurden erlöst, nach Hause gebracht, sie lobten Gott und gaben ihm die Ehre. Wir sehen das im vorhergehenden Psalm. Gott bringt das Volk Israel zurück in ihr Land. Er sammelt sie aus der ganzen Welt. Wenn sie alle zurück sind im Land Israel, werden sie Gott loben und ihn anbeten. Weiter mit Vers 8. Gott hat in seinem Heiligtum geredet. Ich will frohlocken, ich will Sichem verteilen und das Tal Sukkot ausmessen. Ich denke, der Rest des Volkes Israel wird diese Worte singen, wenn die Israeliten gerettet werden. Sie werden ihr Erbe erhalten und das Land unter ihren Stämmen aufteilen. Was für eine Zeit der Freude wird das sein! Mehr möchte ich zu Psalm 108 nicht sagen, denn, wie schon erwähnt, setzt er sich im Wesentlichen aus den Psalmen 57 und 60 zusammen. Psalm 109 zähle ich zu den messianischen Psalmen. Meines Erachtens beschreibt er auf prophetische Weise die Demütigung Jesu Christi. Aber Psalm 109 ist auch ein Fluchpsalm und von manchen wird er als der Judas Iskariot-Psalm bezeichnet, denn Simon Petrus zitierte aus diesem Psalm und bezog sich dabei auf den Jünger Judas. Im ersten Kapitel der Apostelgeschichte heißt es, denn es steht geschrieben im Psalmbuch, seine Behausung soll verwüstet werden und niemand wohne darin und sein Amt empfange ein anderer. Simon Petrus wählte einen anderen Jünger aus, der Judas Platz einnehmen sollte. Man beachte, was in Psalm 109 über eine gewisse Person geäußert wird. Ich lese die Verse 6 bis 10. Gib ihm einen Gottlosen zum Gegner und ein Verkläger stehe zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden und sein Gebet werde zur Sünde. Seiner Tage sollen wenige werden und sein Amt soll ein anderer empfangen. Seine Kinder sollen Waisen werden und seine Frau eine Witwe. Seine Kinder sollen umherirren und betteln und vertrieben werden aus ihren Trümmern. Soweit die Verse 6 bis 10. Man findet in der Bibel nichts Entsetzlicheres als diesen Fluchpsalm. Ich möchte an dieser Stelle nochmals eine Brücke schlagen ins Neue Testament. So viel ich weiß, hat niemand Judas Iskaliot verteidigt. Das Wort Gottes spricht sehr klar über dieses Thema. Judas war schuldig und er war verloren. Dieser Psalm stellt die Situation des Verlorenseins dar, so wie sie ist, nämlich als beängstigend. Es ist furchtbar, verloren zu sein. Jesus sagt in Matthäus 26, Vers 24, Der Menschensohn geht zwar dahin, wie von ihm geschrieben steht, doch weh dem Menschen, durch den der Menschensohn verraten wird. Es wäre für diesen Menschen besser, wenn er nie geboren wäre. Jesus machte deutlich, dass es furchtbar ist, verloren zu gehen. Im Johannes-Evangelium Kapitel 3, Vers 36 bietet uns Jesus an, zu wählen, das ewige Leben oder den ewigen Tod. Es gibt nur zwei Seiten, sagt er, das Licht oder die Finsternis. Er sagt, wer an den Sohn glaubt, der hat das ewige Leben. Wer aber dem Sohn nicht gehorsam ist, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt über ihm. Ich weiß nicht, wie man diesen Vers noch deutlicher ausdrücken könnte. Jesus Christus erduldete Gottes Zorn am Kreuz auf Golgatha. Er tat das für uns und unsere einzige Chance, errettet zu werden, ist die, Jesus zu vertrauen. Wenn wir das nicht tun, wird Gottes Zorn auf uns bleiben. Wir kommen zum nächsten Psalm, Psalm 110. Er ist, wie auch Psalm 109, ein messianischer Psalm, denn er spricht meines Erachtens von der Herrschaft Jesu und beginnt mit dessen Himmelfahrt. In Psalm 110, Vers 1 heißt es, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Scheme deiner Füße mache. Psalm 110 ist bemerkenswert, denn er legt die göttliche Autorität Jesu dar. Man kann diesen Psalm nicht lesen und dabei die göttliche Autorität Jesu ablehnen. Das Neue Testament bezieht sich oft auf diesen Psalm, beispielsweise in der Apostelgeschichte, Kapitel 2 und ziemlich häufig im Hebräerbrief. Damals griffen Feinde Jesu, und zwar eine politische Partei, die sich die Herodianer nannte, ihn an. Sie versuchten ihm eine Falle zu stellen, indem sie ihn zwingen wollten, eine politische Aussage zu treffen, die ihn zum Verräter der römischen Regierung gemacht hätte. Als der Angriff misslang, versuchten die Sadduzeer, eine religiöse Sekte unter den Juden, Jesus mit einer geradezu lächerlichen Frage über das Gesetz Moses in eine Falle zu locken. Als das ebenfalls misslang, versuchten die Pharisäer, eine politisch-religiöse Gruppierung, Jesus eine Falle zu stellen. Doch Jesu Antwort verwirrte die Pharisäer. Im Matthäusevangelium, Kapitel 22, wird berichtet, Als nun die Pharisäer beieinander waren, fragte sie Jesus, Was denkt ihr von dem Christus? Wessen Sohn ist er? Sie antworteten, David. Da fragte er sie, Wie kann ihn dann David durch den Geist Herr nennen, wenn er sagt, und jetzt folgt das Zitat aus Psalm 110, Der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde unter deine Füße lege. Wenn nun David ihn Herr nennt, wie ist er dann sein Sohn? Und niemand konnte ihm ein Wort antworten, auch wagte niemand von dem Tage an, ihn hinfort zu fragen. Man beachte, dass Jesus den Pharisäern eine direkte Frage stellte, Was denkt ihr von dem Christus? Die Pharisäer antworteten ihm, dass der Christus der Sohn Davids sei, ein Nachkomme Davids also. Als Jesus diese Antwort hörte, verwies er sie auf Psalm 110, um ihnen ihr Unwissen über diesen Abschnitt der Bibel, den die Juden als messianisch interpretierten, aufzuzeigen. Dieser von David geschriebene Psalm zeigt uns Gott, den Herrn, wie er mit dem Messias spricht. Und David nennt den Messias meinen Herrn. Das heißt, jeder Jude, der zugab, dass der Messias Davids Nachkomme war, musste sich mit diesem Psalm auseinandersetzen, indem David den Messias seinen Herrn nennt. Das zeigt jedoch, dass der Messias mehr ist als ein König, mehr als nur ein politischer Herrscher auf einem Thron. Außerdem, da David ihn in diesem Psalm Herr nannte, wie kann er sein Sohn eben ein Sohn Davids sein? So wird Jesus im Neuen Testament ja öfters genannt. Nun, der Herr kann nicht Davids Sohn im Sinne einer natürlichen Geburt sein. Folglich musste es sich um eine übernatürliche Geburt handeln. Dieser Psalm besagt also indirekt auch, dass Jesus Christus der Sohn einer Jungfrau war. Alles in allem wird hier die göttliche Autorität Jesu Christi dargestellt. Weiter mit Psalm 110 Vers 2 Der Herr wird das Zepter deiner Macht ausstrecken aus Zion. Herrsche mitten unter deinen Feinden. Dieser Vers spricht meines Erachtens davon, dass der Messias in Jerusalem herrschen wird. Ich sehe hier eine direkte Verbindung zu Jesus. Über diese Zeit sagte der Prophet Jesaja, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre, seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Jerusalem wird also das Zentrum sein, von dem aus Jesus auf der Erde regieren wird. Ja, Gott hat einen Plan für Israel. Zurück zu Psalm 110, ich lese Vers 3. Wenn du dein Heer aufbietest, wird dir dein Volk willig folgen in heiligem Schmuck. Deine Söhne werden dir geboren, wie der Tau aus der Morgenröte. Ich verstehe diesen Vers so, Jesus, der Sohn Gottes, wird viele Menschen zu sich ziehen. Ja, ein ganzes Heer wird ihn als Erlöser annehmen. Heute sieht es noch nicht danach aus, aber wir sollten die Flinte nicht ins Korn werfen. Viele werden noch errettet werden. Gott hat große Pläne für die Zukunft. In Vers 4 lesen wir weiter, Der Herr hat geschworen und es wird ihn nicht geräuen. Du bist ein Priester ewiglich nach der Weise Melchisedex. Hier wird eine weitere wichtige Wahrheit beschrieben. Jesus ist ein Priester nach der Weise Melchisedex. Das steht auch im Hebräerbrief. An dieser Stelle möchte ich einen Abschnitt des Hebräerbriefes hervorheben, nämlich aus Kapitel 5, die Verse 7 bis 10. Dort heißt es über Jesus, er hat in den Tagen seines irdischen Lebens Bitten und Flehen mit lautem Schreien und mit Tränen dem dargebracht, der ihn vom Tod erretten konnte. Und er ist auch erhört worden, weil er Gott in Ehren hielt. So hat er, obwohl er Gottes Sohn war, doch an dem, was erlitt, gehorsam gelernt. Und als er vollendet war, ist er für alle, die ihm gehorsam sind, der Urheber des ewigen Heils geworden, genannt von Gott, ein hoher Priester nach der Ordnung Melchisedex. Soweit der Hebräerbrief. Die Priesterschaft Jesu steht also über der Aaronitischen oder Levitischen Priesterschaft des Alten Testaments. Die vorangegangenen Verse zeigen zugleich die göttliche Autorität und die Menschlichkeit des Sohnes Gottes. In Psalm 110 in den Versen 5 bis 7 lesen wir abschließend Der Herr zu deiner Rechten wird zerschmettern die Könige am Tage seines Zorns. Er wird richten unter den Heiden, wird viele erschlagen, wird Häupter zerschmettern auf weitem Gefilde. Er wird trinken vom Bach auf dem Wege, darum wird er das Haupt emporheben. Wie man hier sehen kann, wird Jesus wiederkommen, um zu richten. Der Theologe Arno Clemens Gelbelein schreibt dazu, der Vers erzählt uns einmal mehr von der Demütigung und der Erhöhung des Sohnes Gottes Jesus Christus. Die Demütigung besteht darin, dass er vom Bach auf dem Weg trank. Das erinnert uns an die 300 Kämpfer Gideons, die auf ihre Knie gingen und Wasser aufleckten wie Hunde und die später gebraucht wurden und den Sieg errangen. Aber Jesus ging noch tiefer. Er trank aus den tiefen Wassern des Leides und Todes. Darum hat ihn Gott erhöht. Was für ein wunderbarer Psalm! Gott hat einen schlechten Ruf auf dieser Welt. Er hat nicht viele Freunde. Dabei hat er uns doch alles gegeben, indem er Jesus seinen Sohn für unsere Schuld sterben ließ. Kinder Gottes haben die Aufgabe, Gottes guten Ruf in der Welt zu verbreiten. Denn Gott ist gut. Ich bedanke mich bei Ihnen fürs Zuhören und verabschiede mich bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.